Okay, wow, shit, was ist mit dem? Hallo? Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zum nächsten VR-Action. Ich habe hier ein Spiel bekommen von dem lieben Fertig. Hört ihr das? In wenigen Minuten kommt ein Hubschrauber und wird dich in Sicherheit bringen. Waaat? Okay, diesen Zambi müssen wir umbringen, damit es losgeht. Ihr seid noch hier, ne? Ja. Ich habe jetzt mal einen Greenscreen-Test gemacht. Die technischen Dinge sind jetzt noch nicht so wichtig. Nur, dass ihr wisst, äh, okay. Gut. Den Titel des Spiels seht ihr in der Videobeschreibung. Das Spiel gibt es noch nicht im Handel. Das ist eigentlich für eine Messe erstellt oder erbaut worden. Und ich bin der Erste, der es privat spielen darf. Also einfach so zu Hause, im heimischen Pornostudio. Darum hier auch nochmal vielen Dank, Fertig, an dich. Ich lege jetzt einfach mal los und töte diesen Zombie da. Peng! Los geht's! Okay, ich habe... Oh, bam, bam, bam! Oh Gott, ich bin halt wieder total am Glaubeln hier, ne? Öh, geh schon mal weg von der Zapfsäule, oder mein Freund? Und du da hinne? Peng! Ah! Oh, shit, 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 shit! Okay. Also wenn sie mich anfassen, dann verliere ich den... Wow! Bitte, Frauen, bin ultra schnell! Okay, warte, ich... Wo... Ich habe... Gott, was kommt denn da vorne? Was ist denn das? Ein Hund? Peng! Äh, peng! Und, äh, gut, äh, peng! Also ich kann mit dieser einen Waffe nachladen und mit der weiterschießen. Peng! Mo-Fo! Oh, shit! Oh, shit! Okay! Oh, shit! Was ist mit ihm? Hallo? Öh, what the fuck? W-w-w-w-w... Er schleicht sich da an! Alter! Was ist denn das für ein Riesen-Oschi? Bleibst du mir stehen da hinne? Ha, 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 ha! Ah, piss dich, oh bitch! Mmh! Warte mal, ich glaube, da hinten ist einer versteckt. Ja, jo. Nein. Hier sind auch manchmal versteckte Zombies, ne, wenn man die sehen kann, da hinten. Es gibt extra Punkte, wenn man die... Oh, shit! Fuck! Da kommt irgendwas total Winziges angelaufen. Was ist das? Let's von der Side! W-w-w-w-w-ww-w-w-w-w-w-w! Alter, was geht ab? Kommt der wieder zurück? Oh, shit! Oh, shit! Oh, fuck! Mmh! Oh, fuck von hinten! Ich hab beides nachgeladen, ich bin so da. Noch einer. Ja, kein Problem für mich, Alter. Alles klar, ich hab hier irgendwie einen Sprung... Oh, Gott, das sind Kinder! Nee, Alter! Was ist denn das? Nein Oh shit Da ist irgendein Katapult eingebaut Das haben die Entwickler mit Absicht gemacht Kind, du bist total schräg Ich meine, ich schieße ja ohnehin auf, Kind Okay, wartet mal Ich habe gar keinen Life-Ware-Damage von denen bekommen Nein Ey, wo kommt die alle her? Bitte das Kind Zeig Kinder Guck mal Nein Der Insane-Mensch Ist natürlich schon krass drauf Da läuft jemand Tschüss Und da hinten ist auch irgendjemand am Metzeln Ich mach die mal alle weg, komm Da oben läuft übrigens die Zeit ab Komm mal her, Großer Oh shit Alter, ist der Nein, von hinten kommen sie ständig Ich hör da hinten sowas rumknüschbern Aber die ganze Zeit Und dann sind sie auf einmal in meinem Anus drin Weg da, Frau Okay, Ultra mit einer Waffe nur nachgeladen Das ist mein Nachlademove BAM Wie noch jemand was auf die Nase Hä Oh, ich hab da hinten einfach jemanden erschossen Oh shit Shit, fuck No Ich schlade gerade nach Habt ihr noch irgendwie was Was sie mir entgegensetzen können? Hä Scheiße, da ist der Greenscreen What the fuck Sag doch was Kennt ihr Equilibrium? Guck Pam, pam Ich bin angeschossen Männer Wo seid ihr? Fuck Nein Wahrscheinlich hab ich den Screen schon komplett … weggeschoben Kann ich Dir vielleicht irgendwie behilflich sein oder … Oder Dir Kann ich Dir ohne Drogen gucken oder ohne Drogas? Dasonnern doch, oder? Hahahaha Das ist echt Multitasking hier. Große Nachlangen. Kleine weiterschießen. Hinten ist keiner. Alles klar. Wo ist der jetzt? Was ist der? Also da hinten ist irgendwo einer hinter mir. Der andauernd irgendwo rumkaut. Wahrscheinlich an meinem Anus. Was habe ich denn da hinten angeschossen? Jetzt keine Ahnung. Nein. 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 Was wiegst du von mir überhaupt? Hey. Ich bin voll der Gangster. Guck mal. Wow. Alter, ich bin gerade am Gangstern. Kannst du mal kurz zur Seite gehen? So, mein Sohn. Jetzt frisch zur... Knuffel von hinten an Dauern zu kommen. Ich schieße einfach nach vorne. Ich hoffe, dass ich irgendwas treffe. Ja, wird schon passen. Warte. Oh Gott. Kinder von hinten. Gut, sind die alle daunen? Das Kind lebt noch. Ist jetzt aber weg. Ich habe gerade nachgeladen, die Bank. Das liegt nicht hier. Nein. 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 Ja. Okay. Hi, Hype-Shrieber. Please take me with you. Please, Hype-Shrieber. There are little kids that are bullying me here. Can you please... Take me with you? No. No, 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 no. Hallo. Kann ich mitkommen? Ja. Warte, ich setze mich hin. Okay, Männer. Das war eine gute Aktion. Wir können loslegen. Georg, flieg los. Warst schon. Lass... Lass knacken. Georg. Fliegst du schon? Ah ja, ich stehe jetzt auf dem Radar. Wir fliegen schon. Sehr gut. Äh, ich bleib flitzen. Ja, ich bleib flitzen. Ich weiß. Flugsticherheit. Das ist ein Scheiß. Guck mal, ich war schon sehr gut. Ne, wenn du dir das anguckst. Highscore. Ja, ich stehe. Ist in Ordnung. Ich falle nicht um. Georg, scheiße. Hier geht irgendwas total schief. Was ist eigentlich hier hinten? Ihr nehmt ja gar keinen mit. Leute. Das ist schwach. Das ist schwach. Ja, also soweit, so gut. Echt richtig nice das Spiel. Ich würde jetzt auch gerne noch weiterspielen. Aber meine Zeit ist leider begrenzt. Ich muss sitzen bleiben. Ich weiß. Ah, sieht man mich überhaupt noch in der Facecam? Ich weiß nicht. Ja, war schön. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.